Hallo Freunde! Herzlich Willkommen zurück zu VRising. Wir sind hier gerade unterwegs bei der Spinnenhöhle, weil wir brauchen vermutlich Schuppen. Ich dachte, wir haben zu wenig, um eine neue Rüstung zu craften. Wir haben jetzt die nötigen Geisterfarben. Ah ja, die können wir auch gleich mitnehmen. Ja, ganz schön Damage. Die Seidenrauten können wir hier gleich mitnehmen. Und die werden wir brauchen. Gut, dass man die nie komplett killen muss, weil sie dann eh beißen kann. Ja! 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 20 Schuppen brauchen wir auf jedenfalls. Holen wir sich gleich, was geht. Schön daneben geschossen. Ein Villager, genau, die gibt's hier nämlich auch, also auch die werden hier manchmal getroppt und gleich angegriffen, ok? Also wenn wer Worker braucht, hier gibt's auch welche, oder falls einer das Blut ausgeht gerade und man kann eine gescheite Kreatur oder was finden, dass... Okay, für Seitenrauchen wir auch schon, Grave Dust, okay? Anderer Worker, Geisterkristall... Oh, Schriftrollen... Okay, ich würde mal sagen, 110, ich bin mir sicher, wir haben noch Schuppen zu Hause, sonst haben wir auch noch Fische. Ich würde sagen, wir fordern unser Glück nicht weit mehr raus. Nehmen wir die Beine in die Hand, alle vier und machen Abflug. As fast as possible. Haben wir hier den Timer gestartet, ja? Ja. Ähm. Ui. Hey, unsere Freunde hier sind schon wieder da! Mal, wenn das so ist. Ja. Ja. Wobei... Vielleicht ist es auch doch nicht so schlau. Erstens weil ich nicht weiß, was ich tue, scheinbar, und das Blut geht uns aus. Scheiße. Und es wird auch noch bald Tag, also nicht unbedingt die besten Voraussetzungen. Wir sind jetzt zwar langsamer, aber solange wir so einem Idioten nicht entkommen müssen, ist das ja kein Problem. Nein noch. Scheiße. Ahhhh. Schnell wieder raus und aufräumen. Solange es noch nicht Tag ist, ne? Da ist es Tag, aber wir haben hier... Oh, da spawnen dann wieder welche nach. Na gut, dass wir hier schon waren. Wenn die jetzt gerade nachspawnen. Ach, spawnen dann. Scheiße. Weiß auf, dass wir hier ausfragen können. Weiß auf, wer war es nicht? Das ist meine, was Du zumachen von einem Feier, wenn ich das jetzt kenne. Du hast es nicht, was du da machen. Gravedast. Ich versuche wieder zu lassen, Mut. Scheiße Oh ne, die sind aber noch nicht respawnt Wann respawnen die jetzt da? Die Kisten? Will er was haben? Nein Die Gegner sind respawnt Oh ok, die Kisten sind respawnt Ja, das ist ein bisschen zu früh schon fast dran Ah ja, auch wieder da, perfekt Ähm Hallo Waren die beide zu oder war das nur einer? Wir haben jetzt nur aus einer was bekommen Das ist jetzt gerade Ein bisschen komisch Ein Buch Alter, Bastelfasen Nichts unbedingt überragendes Aber es ist zumindest wieder eine Forschung weniger, die uns im Weg steht Das muss ich aber nochmal wissen Hm Vielleicht haben wir ja schon vorher geleert, keine Ahnung Aber wir haben keinen einzigen Geisterfaden dazubekommen Durch dieses Dorf hier Beide, oh Gott Er und der Vampir Geh weg Scheiße Andersherum Oh Gott, der darf uns nicht treffen Junge, Junge, Junge Geschafft Entkommen Oh mein Gott Wie gesagt, ich gehe eh stark davon aus, dass wir hier nicht alle Bosse besiegen werden können Also, ich bin da ziemlich sicher Ich bin fest davon überzeugt, muss ich sagen Ich durfte schon ein paar von diesen Endbossen genießen Und, ja, die sind heftig Die sind zu zweit schon heftig Ich fürchte, die sind dann schon so stark, dass auch Strategie nichts mehr hilft Äh, naja This way Ich finde es halt schade, dass es nichts bringt, wenn man die gleichen Bosse öfter als einmal besiegt Mir wäre es eigentlich lieber gewesen, wenn sie da so einen Monster Hunter Ansatz hätten Dass die Bosse halt diverse Sachen droppen, die man halt für irgendwelche Gegenstände braucht Finde ich persönlich besser Dann würde es auch Sinn machen, dass man die Bosse öfters bekämpft Weil das kann man ja ganz leicht Aber so, ja, Boss einmal besiegen Und weiter zum nächsten Einfach nur Liste abhacken Nur so ein bisschen vergeudet Einfach Eine vergeudete Möglichkeit Eine vergeudete Chance Das war nach Zeiten Waren die Gegner noch einfacher Und wir sind trotzdem herumgerannt Um die ganze Zeit nach Papier zu suchen Oh Gott Katastrophe Der Alpha Wolf, und der ist besiegt, oder wie? Mhm Haben wir den Besieg so stehen lassen? Komisch Sehr komisch Sehr komisch Nacht 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 23 Shemata Plus 58 Ist Zu wenig Knapp über 80 Ich glaube 81 oder so Ja, 81 muss jetzt sein Falsch Da können wir her Und da haben wir eben schon Die Blutmordrüstung Die Frage ist natürlich Können wir die Bight Craften Jetzt sowieso noch nicht Silk Ah ja, da braucht man auch noch die Eine neue Blutessenz Seide Kriegen wir glaube ich dann hier raus Genau Da brauchen wir die Seidenraupen Und den Hochland Lotus Und Cloth Oh boy Wer bringt uns den ganzen Spaß Die Spinne natürlich Gut, das heißt wir müssen die Rüstung fertig machen Und schauen, dass wir eine neue Waffe bekommen Und dann können wir sich der Rüstung zuwenden Den hier werden wir auslassen Wie zuvor den Bären War eh unnötig Und dann kommt auch schon Jade Und ja Werden wir natürlich auch nicht vorbeikommen Ah Die sind hier schon wieder fertig Was offen die dir Da haben wir wohl hier nix Nö, noch gar nix Naja, wir sollten zuerst mal die Rüstung herstellen Weil das dort eh mal ein bisschen Bis die gecraftet ist Oh, wir haben die ganzen Knochen abgelegt Ich wundere mich schon, warum haben wir keine Knochen So Und das brauchen wir Das sind die nächsten Weil sie am stärksten sind Neun Pristine Leder Mehr Schuppen Und das war noch Der Geisterfaden Genau Und wie ich es dachte 25 Schuppen Oder was war es? 35 Genau, 35 Weil 10 haben wir ja verbraucht Sind zu wenig Wenn wir jetzt blöd da gestanden Wenn wir dann erst wieder Zu wenig Stuff hätten Und hier mangelt es wieder mal Hier ran 27 Das geht aber durch 3 Das ist nämlich 9 Das ist sehr schön Da hast du 9 Da hast du 9 Du auch Die Geistersteine werden mehr und mehr Gott sei Dank So Dann haben wir nur noch den Fisch Und die Geisterkristalle Die wir noch nicht verwenden können Genau Swamp Dweiler Kann der irgendwas? Brauchen die denn da? Nö, der kann gar nichts Und wir haben einen verarbeiten So einfach ist das Fische haben wir eh richtig viele Da könnte man wirklich Theoretisch ein paar Verwenden Für die Rüstungen Für Schuppen Und da sind wir wieder Durch Hier Fast Braucht noch die Rüstung Ähm Hier hast du unser Grobian Mo Genau Wiederschön Level 12 ist er Könnte man fast Angst kriegen Aber nur fast Das könnte man auch schon machen Gold Jewelry Haben wir das? Acht Stück Haben wir? Das werden wir machen Aber das bringt uns mehr Level Und ich Gebe es in meine falsche Richtung Was war noch? Acht Spektral Dust Es bringt uns mehr Level Und das ist wichtig Verliehen wir Ein bisschen Physical Power Und Resistance Aber Who cares? Immerhin haben wir ein neues Amulett Und kriegen Voraussichtlich Ich rate jetzt mal Drei Level mehr Jawohl Drei Level Eine Minute Über eine Minute Das soll es ja sein In dem Part werden wir eh zu nichts mehr kommen Gut 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 Wir haben ein weiteres Rüstungsteil Wir kriegen jetzt noch einmal drei Level durch das Amulett Aber hier wird es halt noch schwierig 12 Reinforced Planks Haben wir Passt Das ist schon mal erledigt Dann brauchen wir noch die bessere Blutessenz Das heißt wir müssen Jade auch noch besiegen Und zwar ohne neue Waffen Okay Vielleicht machen wir es so Aktueller Plan Wir kümmern uns um zwei weitere Um die letzten zwei Rüstungsteile Das Amulett haben wir ja hier schon Mit etwas Glück kriegen wir Wir werden vielleicht noch zu einer Forschung kommen Bis wir Jade gegenüberstehen Mit etwas Glück ist es ein weiteres Amulett Für das was noch bessere Sachen verwendet Und uns dann Nochmal drei Level gibt Wenn wir Glück haben Dann sollte Jade nämlich gar kein Problem mehr sein Mo Das ist für dich Level 30 Jawohl Alright Problem ist Wir brauchen noch Wir brauchen noch Elf Gasterfaden Genau Elf Gasterfaden Oh warte mal Den imperialen Faden haben wir sogar schon Zumindest einen Teil für die Rüstung hier Ja wir haben nur vier Und wir brauchen neun Und Seite droppt niemand Soweit ich weiß Also die müssen wir wirklich selber herstellen Ja Schauen wir mal was uns sonst noch fehlt Wir brauchen 18 Pristine Leather Das haben wir nicht Wir haben 15 Das ist gut Das werden wir bis dahin auch noch hinbekommen Weil wir noch mindestens dreimal in den Wald gehen müssen Das ist mal meine Schätzung Öfters wahrscheinlich Sagen wir viermal Dann brauchen wir 240 Schuppen 240 Und 25 Und Spinnenjagen ist jetzt auch nicht gerade so mein Hobby Das heißt wir werden Warte was wollen die am liebsten Also der Sage Fisch ist am unnötigsten Der bringt aber keine Die bringen Die bringen alle keine Schuppen Wollt ihr mich verarschen LOL Die können wir gar nicht Oh mein Gott Die bringen ja gar keine Schuppen Stell ich ja jetzt erst fest Fuck Das ist jetzt natürlich ungut Ich dachte ja Schuppen Aber eh genug Turns out Wir haben nicht genug Aber wir haben 47 Geiselsteine Das ist gut Brauchen wir dann vielleicht keine mehr Sind auch noch ein paar in Arbeit Ja die nächsten Parts Werden wir uns nach wie vor Mit dem Wald beschäftigen müssen Wegen Gersterfaden Dann Werden wir Jail jagen Dann Geht's wieder in die Silbermine Um Na ja Silber zu holen Und neue Waffen zu craften Eigentlich ziemlich bescheuert Dieser Ablauf Weil die Spinne Na die können wir uns doch nicht sparen Können wir uns doch nicht sparen Weil wir brauchen sie auch für Seiden Für Seiden Hä? Silber Okay Achso ist das vielleicht von Fried Egal auf jeden Fall Geisterfaden brauchen wir zu dem Zeitpunkt Dann nämlich nicht mehr Weil die Rüstung haben wir dann fertig Und für die andere Rüstung brauchen wir es nicht Und auch Hier braucht man sie sonst Man braucht den Geisterfaden dann nicht mehr Das ist ein bisschen blöd Der kommt ein bisschen zu spät hier Da hätte ein anderer Boss davor her müssen Weil Die Spinne mit der aktuellen Ausrüstung zu besiegen Dürfte ziemlich schwierig werden Die ist Level 60 Wir sind Level 66 Und das auch nur Weil wir jetzt da schon das Amulett haben Und zwei Rüstungsteile Ja das ist ein bisschen zu spät die Spinne Aber egal Die müssen wir ja trotzdem besiegen Aber das machen wir dann erst mit Silberwaffen Kompletter Rüstung Und Naja Unser Amulett Was wir schon haben Und wir haben ja schon die halbe Rüstung Also Wir finden uns die andere halbe Rüstung Und Die Silberwaffen Sollten wir in ein paar Parts dann hoffentlich haben Aber Freunde Das war es wieder für diesen Part Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen Und sage bis zum nächsten Mal Ciao